Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie die Verbindung zwischen dem Geschwisterpaar irgendwie kaputt mache durch die Entscheidungen. Aber die halten ja irgendwie ganz gut zusammen. Naja, war schon. Mann, Brown hat einfach gelogen. Ich meine, ich bin nicht sein größter Fan. Aber er spricht immer von Wahrheit und Gesetz und so. Musst du dich darüber so freuen? Was? Auf so etwas hast du doch nur gewartet. Ich bin bald nicht angeschnallt. Etwas, das beweist, dass er dir in Arsch ist. Aber deine Schadenfreude ist nicht cool. Es ist Tina. Ich muss ran gehen. Ja, warte kurz. Ich parke das Auto. Es sind beide nicht angeschnallt. Ist nicht in Ordnung. Dann verdreht dich mir wohl mal die Beine. Nein, gib mir eine Sekunde. Okay, Tina, was ist los? Hi, Süße. Ich habe jemanden, der super gern das Haus sehen würde. Oh, das ist super. Äh, wann? Die Person ist nur kurzzeitig in der Stadt, also würde sie es sich übermorgen anschauen. Oh. Ich weiß nicht, ob das geht. Süße. Dieser Typ ist sehr interessiert, aber ich weiß, dass er sich auch andere Objekte ansieht. Und es ist nicht so, als würden euch die Leute die Türen einrennen. Dafür bin ich auch dankbar, aber bei uns ist ziemlich viel los. Ist kein guter Zeitpunkt. Er will in bar bezahlen, Alice. Tut mir leid, aber das wird das totale Chaos. Ich will von niemandem die Zeit verschwenden. Okay, tja, dann sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. War das jetzt gut? Ich stehe jetzt wohl auf Tinas schwarzer Liste. Kann das jetzt richtig wahr, was ich gerade gemacht habe? Aber es ist wieder zusammengegangen irgendwie, ne? Eben ist es auseinandergegangen. Oh, hier ist irgendwas. Da hätte noch irgendwas. Okay. Mann, sowas würde ich auch gern können. Ach so, Holzschnitzerei. Ich dachte, wie der Hund sitzen. Okay, hier geht's irgendwie. Ich geh mal. Was ist das hier? Ach, Pilzschnitzerei. Okay. Hier kann man scheinbar mit nichts laufen. Nee. Das fand ich bei Lake auch ein bisschen schade, dass man nicht laufen konnte. Wenn ihr Bock drauf habt, sehr gerne auf dem Kanal gucken. Lake habe ich auch als vollständiges IP. Oh. Man kann von da rüber gucken. Ich dachte, man kann da hinlaufen. Okay, dann gehe ich wieder zurück und gehe und aktiviere das von da. Ich habe nämlich irgendwie... Da war doch eben noch ein... Da war doch nochmal was. Da. In ein paar Wochen kommt man nach oben auf diesen Wasserfall. Mit einem Eispickel. Okay. Mehr nicht. Okay. Unnötig. Ich dachte, ich muss da hingehen für. Okay, was haben wir hier? Nichts. Gehe ich erst außen oder gehe ich erst innen? Ich gehe mal erst außen. Irgendwelche Markierungen an den Bäumen. Wahrscheinlich welche gefällt werden dürfen und welche nicht. Oh, da sitzt Tyler. Hier geht es auch nicht weiter, glaube ich. Alpha Wand. Okay. Dann haben wir hinten noch so ein Brett. Be alert for bears. Bärs. Lesen. Achtung! Während der Lachswanderung kommt es häufig zu Bärensichtungen. Mai bis Oktober. An allen Flüssen, örtlichen Wanderwegen, Aussichtspunkten und Gletscherstraßen ist extreme Vorsicht geboten. Im Herbst begeben sich die Bären auf höheres Gelände, um dort Bären zu fressen und sich auf den Winter vorzubereiten. Bären nicht füttern. Jegliche Lebensmittel müssen sicher verstaut sein. Wachsam bleiben. Halten Sie nach Fisch oder Wildkadavern sowie Aasfressern Ausschau. Machen Sie beim Wandern Lärm. Bären mögen keine Überraschungen. Nie alleine wandern. Auf Wanderungen immer Pfefferspray mitführen. Im Falle einer Begegnung mit einem Bären nicht weglaufen. Bleiben Sie stehen, schwenken Sie die Arme auf und ab und reden Sie laut. Klettern Sie nicht auf Bäume oder Masken. Bären können sehr gut klettern. Im Falle eines Angriffs wären Sie sich entschieden. Kriegen wir jetzt Kontakt mit einem Bären, weil wir jetzt gerade gewarnt wurden? Oh Gott. Okay. Aber es ist gerade Mai bis Oktober. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Untersuchen. Ansehen. Sie und ich sind hier vor ein paar Jahren gewandert. Auf dem Gipfel gab es ein eiskaltes Bier. Everyday Shuttles to Trailhead from Delos Crossing. Tätige Shuttles von Delos Crossing zum Beginn des Wanderweges. Abfahrt 8 Uhr am Community Theater Juni bis September. Von Juni bis September. Welche Wähler willst du hier draußen erreichen, Tom? Die Bären? The Bears. The Bears are important too. Äh, warum kann ich das machen? Okay. Das war wild. Das war gerade ein Minibug. Ich habe, glaube ich, zu früh die Kamera gedreht. Da war die Animation auf der Dings noch nicht weg. Bist du ein Fuchs? Nee. Du bist... ...ne Katze. Die ist wirklich richtig gut geworden. Dorian Key. Klingt irgendwie vertraut. Dorian Key. Ist doch ein Fuchs, oder? Keine Katze. Aber wie sieht es auch jetzt anders aus als gerade eben noch? Das ist ja wild. Okay. Jetzt sieht es wieder so aus. Okay. Das ist einfach die Perspektive. Okay, du bist auf jeden Fall ein Fuchs. Da hast du ja einen hübschen Fleck gefunden. Hallo, Tyler. Oh, hübsch. Wir waren hier schon mal, oder? Möglich. Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Das sieht aus wie ein Ausgabenbild. Hoffentlich merke ich mir das. Äh, Tina? Tina West, die Maklerin. Ach, die Tina. Was wollte sie? Sie hat jemanden gefunden, der das Haus sehen will. Aber er hätte nur übermorgen Zeit. Und du hast abgelehnt? Ja. Wir brauchen noch mehr Zeit zum Saubermachen und all dem. Danke. Aber was, wenn keiner mehr anruft? Dann werden wir in dem verdammten Haus wohl alt und verlieren unseren Verstand. Klingt nach einem Plan. Also, unser Gespräch, bevor Tina anrief? Ja. Ich freue mich nicht, dass dein Schlägevater gelogen hat. Ach ja? Klang aber ganz danach. Er hat Infos über Mary Ann verheimlicht. Weiß ich. Du musst es nur nicht so hoch spielen. Verstehe. Du stehst immer auf seiner Seite statt auf meiner. Komm schon, das ist unfair. Warum machst du es dann immer wieder? Diese Stadt, diese Leute, für dich sind sie nur Erinnerungen. Aber das ist mein Zuhause. Freunde. Familie. Und so sehr ich auch nach Antworten suche, will ich nicht mein ganzes Leben hier dafür opfern. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu ruinieren, Alison. Ich will doch nur antworten. Ich weiß. Deswegen tun wir das alles ja. Unsere Stadt sieht von hier ganz schön hübsch aus. Was? Du längst mehr an diesem Ort, als du zugeben willst. Du willst also wirklich an einem so abgeschiedenen Ort wie dem hier leben? Allein in einer Höhle? Als Sprecher der Bäume? Ja. Ist das wirklich so schwer, das zu glauben? Ach ja? Und wer soll dich bitte besuchen kommen? Mitten im Nirgendwo? Naja, ich hätte da an dich gedacht. Kann nichts machen. Kann nichts machen. Spürst du das Teil? Okay. Ja. Herzschlag. Ziemlich stark. Kommt wirklich ein Bär. Weil wir gucken nicht nach hinten. Ah, okay. Ich bin der Stern und ich bin der Kompass. Okay. Und nicht schummeln. Letztes Mal hast du mir falsche Hinweise gegeben. Hab ich nicht. Hast du wohl. Okay, okay. Ich mach es nicht nochmal. Okay. Du hast immer gesagt, ich würde schummeln. Na, das war ja auch so. Das war ein cooles Spiel. Zu fühlen, was du fühlst und dich so aufzuspüren. Niemand konnte es mit uns spielen. Das war das Schöne daran. Echt jetzt? Wolltest du nie andere Freunde? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Und? Bist du nicht enttäuscht, dass wir jetzt doch keine Milliardäre geworden sind? Nee. Das Geld hätte mich weich gekocht. Dafür habe ich zu viele Jahre an meiner kantigen Art gefeilt. Okay. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Ich gebe mir Mühe. Aber schön, dass Sie sich direkt wieder vertragen. Also, ich muss dich warnen. Ich weiß nicht, ob Eddie uns Antworten geben wird. Er hat keine Wahl. Wir sind nicht mehr zehn Jahre alt. Er will mich vor allem beschützen. Berufskrankheit. Er hat sich immer Sorgen gemacht, weil ich in der Schule gemieden wurde. Also ließ er mich diese riesen Geburtstagsfeiern veranstalten und alle einladen. Und dann kamen auch alle, weil du die Tochter des Polizeichefs warst. Bingo. Aber dann hat niemand mit mir geredet. Also fühlte ich mich fremd in meinem eigenen Haus. Das Gefühl kenne ich. Aber was ich sagen wollte, ich finde es schön, dass sie nicht so keine angestauten Energien oder so Negativität dann sich festigen kann, sondern direkt das geklärt wird. Das ist ganz schön. Und nebenher muss ich halt immer noch sagen, ich habe unheimliche Bauchschmerzen. Also wenn ich heute irgendwie nicht ganz so, weiß ich nicht, sofort reagiere oder irgendwie einen lockeren Spruch habe oder sowas, lädt es mir bitte nach. Ich habe ganz schön zu kämpfen mit mir gerade. Also ja. Ich hoffe, dass das Spiel mir nicht noch zusätzlich auf die Tränendrüse drückt oder so. Dann wird es halt eine recht anstrengende Aufnahmesession. Aber ja, zwischendurch muss ich mich ganz schön zusammenreißen, nicht irgendwelche komischen Töten von mir zu geben, weil es mir im Bauch ganz schön wehtut. Aber ja, tschakka, wir gucken uns das hier mal an. Hast du noch, als beide Brücken eingestürzt sind? Ja, sie haben eine Woche gebraucht, um die Straßen wieder zu öffnen. Krass. Und Sam musste uns mit dem Boot beliefern. Es war, als lebten wir auf einer einsamen Insel. Nur viel kälter. Das ist aber auch wirklich doll, ne? Also für Leute, die so abgeschieden leben und dann hast du, weiß ich, nur eine Zufahrtsstraße oder so. Und die wird dann blockiert, weil... Die Leute kommen von überall her, um diesen Gletscher zu sehen. Und wir sehen ihn von der Veranda. Hey, merkt ihr die Verkaufsargumente für den nächsten Interessenten? Hm. Das finde ich schon immer ganz krass, wie Leute dann so leben können, ne? Aber es funktioniert... Entschuldigung, Schluckauf. Aber es funktioniert ja irgendwie, ne? Schluckauf ist übrigens auch in Verbindung damit, dass mir nicht so gut ist. Das wird dann automatisch mehr getriggert. Wenn die Bauchspalte so ein bisschen rumzickt, dann habe ich halt mehr Schluckauf. Entschuldigt bitte, wenn es sich häufen sollte. So, jetzt habe ich aber genug gebrabbelt wegen Krankheit und sowas. Das ist nur noch die Stadt, ne? Sonst können wir nichts mehr machen, glaube ich. Unglaublich, dass die alte Konservenfabrik noch offen ist. Es gibt ja immer noch waschen mehr, bis jetzt. Okay. Muss es gewesen sein, ne? Ich hoffe, ich übersehe. Vielleicht gibt es hier auch wieder ein Sammelobjekt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt echt schwierig. Ich versuche zwar alles so anzugucken, aber ich glaube, an solchen Orten übersieht man dann doch mal vielleicht eher noch was. Ich hoffe, es kommt kein Bär. Aber wahrscheinlich passt die Zeit nicht. Die machen gar Winter schlafen, ne? So, hier war noch irgendein. Ach, gehen wir da so kurz gerade hin? Hey, schau mal hier. Da war ich während des Telefonats, ne? Was ist das denn? Ein Baum. Oh, da ist irgendwas draufgekritzelt. Oh. Aha. Er ist wirklich noch da. Oh, ey. Ich wusste, dass wir hier waren. Wir machten es zum Teil des Ronin-Reiches. Das ist es immer noch. Es braucht nur ein kleines Update. Oli, no more. Was machst du da? Tee draus. Was ich damals schon tun wollte, wofür ich aber zu feige war. Oder? So, sieht schon besser aus. Stimmt. Viel besser. Oh, da. O-T-A. O-T-A. Nein, das muss durchgestrichen wahrscheinlich. Ähm. D-O-A ist auch eine schöne Serie. Eine Empfehlung von mir. Gibt's, glaube ich, auf Netflix. Oh. Da gab's da Rumschaft für. Äh, Baumzeichen. Okay. Aber die war ja als Story relevant, ne? Das. Und? Was ist der Plan? Wir haben so passiert. Wir gehen hinein und fragen Eddie sachlich, warum er dort war. Sachlich. Lassen wir ihn seine Seite der Geschichte erzählen. Okay? Okay. Okay. Oh, ja. Ich verstehe, Mr. Barrow. Herr Charakter. Ich werde es ihm sagen. Ja, ich habe alles notiert. Guten Tag, Mr. Barrow. Morgen, Kleine. Wieso sitzt du an der Rezeption fest? Rose ist heute ausgefallen. Ich spring für sie ein und erledige meinen Papierkram. Was machst du hier? Ich wollte nur mit Onkel Eddie sprechen. Von eurem identischen Aussehen ausgehend schätze ich, das ist Tyler. Tyler. Denise. Denise, Tyler. Denise. Wilson. Kannst du Officer Vincenzi sagen, dass... Oh. De. Morgen, Alison. Lisa. Oder? Hi, Onkel. Ich nehme Dr. Toddes Aussage auf. Vincenzi muss nicht zurück auf die Wache. Warum begrüßt er nur sie? Hallo? Er scheint ja nicht gerade gut gelaunt zu sein. Ja, keine Ahnung, was da los ist, aber er ist den ganzen Tag schon irgendwie verstimmt. Viel Glück. Das ist nicht in Ordnung. Also beim besten Willen jetzt. Jetzt hat er einen Grund, uns wegzujagen. Er nimmt sich sicher Zeit, wenn wir sagen, dass es wichtig ist. Muss ich hin? Okay. Oh, hallo Kinder. Oh, hallo Erwachsene. Hey. Er spricht. Wie kommst du so in Delos zurecht? Ein paar Tage? Klingt optimistisch. Wann immer wir eine Schublade leeren... Es tut gut, Alison zu sehen. Sie spricht in letzter Zeit ständig von dir. Sie ist wirklich froh, dich hier zu haben. Hey, ich wollte dir noch sagen, Alison hat uns den Artikel gezeigt, den du fürs Juno Daily geschrieben hast. Du hattest voll recht. Der Staat muss für die Jugendzentren sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Fireweed hatte Glück, dich zu haben. Ist jetzt blöd, dass ich alles verpasse, was er gerade sagt, ne? Oh ja. So wie jeder Teenager, der Zeit mit Mutti verbringen darf. Danke. Ich hab mich auch für mehr Autoaktivitäten eingesetzt. Hatte sogar Stress mit der Administration deswegen. Doch als diese Kinder auf dem Mount Roberts standen... Mann, waren die stolz. Tolles Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst. Ich, äh, arbeite manchmal ehrenamtlich beim JBG. Halte Vorträge über Polizeiarbeit, leite Gruppengespräche, wenn ich kann. Was? Wirklich? Das ist klasse. Ja, ich will ja nicht predigen, aber die Kids in diesen Gruppen, sei es Fireweed oder der JBG, sie brauchen Leute, die sie wirklich verstehen. Die wissen, wo die Kids stehen. Und sich auch für sie einsetzen. Jedenfalls, sorry für die Predigt. Dr. Sie sagt, Ihre Tochter... Warum sagt die JBG in den Übersetzungsstand JCE? Äh, Jugend... Bundesgenossenschaft. Nein, äh, ich weiß nicht. Was könnte JCE sein? Was war hier nochmal drauf? Okay. Irgendwie ist grad ärgerlich, dass... Er lässt ein komplettes Gespräch führen, ich aber nicht da bin. Hat sich grad verabschiedet, ja, ne? Oh nein, ich hab alles verpasst. Ich hab deine Nachricht bekommen. Ich hab deinen Geburtstag vergessen, sorry. Ich war so beschäftigt mit Heils Ankunft, dass es mir völlig entfallen ist. Ich mach's wieder gut, versprochen. Chief Brown sitzt bei einer Zeugin, aber vielleicht erwischt ihr ihn danach. Okay. Dem Bericht zufolge riefen sie gestern um 6.13 Uhr... Okay. Oh, das ist ja echt ärgerlich. Officer Vincenzi wurde um 6.29 Uhr an den Tagort entsandt. Konnten Sie nicht für die Aussage leihen? Hallo. Tyler Ronen. Schön, dich wiederzusehen. Du bist groß geworden. Das passiert so im Zeitraum zwischen 11 und 21 Jahren? Ja, ähm... Nun, willkommen. Wie sind Ihre üblichen Arbeitszeiten? Ich bin Assistenzärztin. Danke, ist lange her. Was führt euch beide her? Ich stehe quasi immer auf Abruf. Ah, ja, natürlich. Wir sind wirklich dankbar... Wir sind hier, um Chief Brown zu sehen. Oh Mann, was hat er jetzt gemacht? Er wird wegen eines Verbrechens gesucht. Oh, tja, dann läst ihm ja seine Rechte vor. Kann ich euch dann irgendwie behilflich sein? Viel los heute? Also, der Feueralarm ist heute schon dreimal im Laufe einer Stunde angesprungen. Ich dachte, der Chief reißt uns das Ding gleich von der Wand. Brauchst du etwas, Alison? Äh, ja. Tyler? Kommst du mal her? Könnten Sie mir den Verlauf Ihres Morgens im Detail mitteilen, Dr. Torres? Hä? Und warum? Okay. Tut mir leid, Tyler. Die Pflicht ruft. Kann ich hier was... Kann ich hier was... Kann ich hier was luten? Die Tür war vorher zu. Ich habe Frühstück. Vor allem... Warum? Von warum fragt er sie, ob wir irgendwas brauchen und redet dann doch wieder mit der Zeugin weiter. Shaila, ist du bereit? Ja, die ganze Zeit schon. Aber ärgerlich, dass das ganze Gespräch, was jetzt stattgefunden hat zwischen den beiden... Wir halt nicht mitbekommen haben, ne? Aber bis ich mich umgedreht hatte, war es schon fort. Ein kleines Kind? Hm, das hat sie gesagt. Ein kleines Kind mit Streifenjacke. Das ist mit Ihnen. Sie haben ganz sicher nichts gesehen? Ich... Nein. Verzeihung. Und was ist da los? Habe ich jetzt auch nicht alles mitbekommen, wenn man nur mit einem Ort zugehört? Passiert gerade sehr viel. Ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt... Heide, bist du bereit? Ja, hast du mich schon mal gefragt. Ähm, ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt da einen kompletten Dialog jetzt verpasst habe, dadurch, dass ich mit ihr gesprochen habe hier vorne. Wo ist Isabella jetzt? In der Schule. Unter der Woche ist sie wieder bei ihrem Vater. Könnten Sie mir Mr. Hendersons Kontaktdaten geben? Ich würde sehr gerne mit Isabella sprechen. Ja, natürlich. Okay. Wir sind Ihnen ein Vorderwort. Hallo. Morgen, Chief Brown. Guten Morgen, Tyler. Hey, können wir privat mit ihr sprechen? Es ist ziemlich dringend. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Dr. Torres. Was ist los, ihr zwei? Wir hatten noch ein paar Fragen zu unserer Mutter. Hör zu, es passt gerade nicht. Gut, können wir vielleicht später wiederkommen? Entschuldigung. Kommt schon. Leute, wir sind heute unterbesetzt. Meine Rezeptionistin ist krank. Ein Beamter kümmert sich um persönliche Probleme und ich muss die Aussage der Dame zu Ende aufnehmen und habe keine Zeit. Wir wollen nur ein paar Antworten von dir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du noch von mir hören willst. Ich habe schon alles gesagt. Ich muss mich um diese Beschwerde kümmern. Sorry, Leute. Nicht sehr erfolgreich. Oh, ich hasse es, wenn er so stur ist. Und was jetzt? Natürlich, Miss Todd. Wo war er? Nun, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Dann müssen wir es selbst losfinden. Wo glaubst du, haben sie ihre Akte? Ich weiß nicht. Im Archivraum? Oder in Eddys Büro? Halt, du wirst doch wohl nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Ist die doch schon drin. Also, in dem Polizeihaus. So, kann ich mit dir... Kannst du mir die Akten geben? Also, Tyler. Der Chief meinte, du warst dein Mentor an Fireweed, was? Wie wär's mit der Polizei? Rex, er ist gerade erst angekommen. Ja, ich weiß, aber wir könnten Leute wie ihn gebrauchen. Leute wie mich? Ja, klar. Ihr wisst schon, Leute mit natürlicher Autorität. Versuchst du gerade, meinen Bruder zu rekrutieren? Ah, warum nicht? Wir sind unterbesetzt. Da du meine Angebote abgelehnt hast, dachte ich, ich probier's mit dem anderen Ronan-Kind. Würde wohl nicht schaden, hier den Altersdurchschnitt zu senken. Okay, das hat nichts gebracht. Das hat mir letztes Mal leuchtet angeguckt. Okay, hier ist nichts. Das war nicht richtig. Wir müssen nach oben, ne? Oben war das Archiv. Hey, was macht ihr zwei da drüben? Alles in Ordnung? Äh, ja. Alles ist gut. Wir wollten nur... Ich hab Tyler nur erklärt, wo das obere Klo ist. Tyler, hilf mir doch mal. Oh, ähm, ja. Toiletten-Notfall. Seewasser. Nicht wahr? Die Saftkur von Mutter Natur. Die Toilette ist gleich hinterm Pausenraum. Hinter dir. Erste Tür rechts. Vergiss es, Tyler. Wir kommen nie im Leben einfach so nach oben. Es ist zu verdächtig. Es muss einen anderen Weg geben. Äh, weißt du, Gregs hat vorhin von einer Feuerübung gesprochen. Gibt es dann irgendwo Notausgänge? Ja, was machen wir? Hallo? Ich geh wieder weg und komm wieder, ja? Ach so, da. Okay, mal sehen. Dallas Crossing verließ die Wartenfluchtplan, er geschoss erster Stock. Da. Notausgang. Er führt zu einer Treppe an der Außenseite des Gebäudes. Aber er wird von innen verschlossen sein. Wenn einer von uns für Ablenkung sorgt, kann der andere nach oben gehen und die Tür öffnen. Da bist du der Unruhestifter bist, sorgst du für das Ablenkungsmanöver. Was? Wirklich? Hast du eine bessere Idee? Ich bin ein schlechter Lüger, kann ich nicht auswählen, weil wir das ganze Leben lang gelogen haben. Was ist zu tun? Ich soll jetzt die Ablenkung sorgen. Das ist richtig in Erinnerung. Die Sicherung kann ich wahrscheinlich nicht auslösen, aber ich könnte das Licht ausmachen. Mach einfach. Denk dir was aus. Finde ich nicht so gut. Ich sehe dann, ich sehe dann walkie-talkie. Damit können wir leider nicht interagieren. Das ist aber auch nichts weiter, ne? Ja, okay. Äh, Brandschutzübung. Entfernen Sie sofort Ihren Posten und lassen Sie alle Ihre persönlichen Gegenstände liegen oder zurück. Schließen Sie alle Türen hinter sich, aber verriegeln Sie sie nicht. Bewahren Sie Ruhe. Okay. Ja, dann mache ich das jetzt. Mache ich Licht aus und sie macht klick-klack und dann machen wir das so. Oh, ups. Pfeiler. Das hat auch zumindest schon mal funktioniert. Okay. In Position. Was jetzt? Geh nach rechts, nachdem du die Wache verlassen hast. und dann um das Gebäude herum. Da stößt du auch gleich auf die Treppe. Gebäude verlassen. Da fangen wir das mal, ne? Gehst du schon? Ja, ich muss los. Wo ist Allison? Auf dem Klo. Ich, äh, warte draußen auf Sie. Okay. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss. Wenn's denn funktioniert hat. Wo ist denn Winterluft? Okay. Ich bin an der Tür. Komm schon. An der Tür? Nein. An der Tür. Ich bin ein. Ich bin ein. Einiger Wasser.